Hallo, hallo und willkommen zurück zu Half-Life 2. So, ihr wartet alle, dass ich rausgehe, wach? Ja, super. Ich freue mich schon. Ich bin ja gespannt, wie viele Versuche ich brauche. Vielleicht schaffe ich es auch schon beim ersten Mal. Muss sehen. So. Ich bin ja gespannt. Ihr macht das schon. Ihr macht das schon. Ich warte natürlich auf die ersten Hobbylosen, die hier angerannt kommen. Ja, das ist schön, Alex. Ja, ja. Ja, mach selber. Wo sind denn die alle? Sind die Kaffee trinken oder was? Kommt keiner. Also, ich hätte nichts dagegen. Ach, komm doch. Von wo? Aha, aha, aha. Hm. Die brauchen wirklich lange. Wahnsinn. Hihi, hi, hi. Ach, das braucht doch keiner, Mann. Kommt von dort eigentlich auch jemand rein? Aber man kann hier wieder rein, das ist ja lustig. Also, raus wollte ich natürlich sagen, ne? Ach, Schnauze. Höllen hier rum. Guck mal. Wo ist denn das nächste Ding? Wo ist denn das nächste Ding? Ah, hier. Nee, das ist falsch eigentlich nicht. Das war eigentlich das hier. Das sind ja noch welche. Ah. Oh, das war gekonnt zu weit. Wollt ihr euch selber in die Luft springen, Leute? Wahnsinn. Renner weg. So. Jetzt von dort, oder was? Hm. Ich könnte ja mal den hier machen. Ich hasse es. Ja, wenigstens ein paar sind tot. Ich kann mich gleich wieder... Komm. 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 Noch mehr? Da ist noch einer. Komm, wir wieder hoch. Huh. Ah, hier ist ein Zwer. Komm. Okay, jetzt könnte ich ein bisschen Gesundheit gebrauchen. So, ganz dezent. Gesundheit? Ah, cool. Sag mal, was versteckt ihr euch eigentlich hier? Was erlaubt ihr euch eigentlich? Hallo, schneller. Was ist los? Ach so, okay. So. Dann würde ich sagen... Nimm das. Und das. Hallo. So. Komm mal hier. Scheiße. Ja, gut. Huch, da ist auch noch einer. Wahnsinn. Wahnsinn. Bist du doof. Bist du doof. Ah. Oh Gott. Ich sterbe. Ich sterbe. Leute, lass mich... Ah. Danke, dass du mir im Weg stehst und ich mich nicht heilen kann. So. Ich hab dann mach da mal schnell Arme wieder. Die, die machen das jetzt schon. Bleib jetzt hier. Und warte, dass das endlich runterfährt. Na los. Wie lang noch? Fange ich jetzt endlich. Wieso geht denn das noch nicht? Was zum Geil jetzt? Wupp. 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 Es hängt hier alles. Oh no. Ich fass es. Nee. Es geht doch mal. Ja. Geht denn das nicht weg? Okay. Der Kern liegt frei. Na geht doch. Ja, ich hab's doch schon. Oh. Ja. Okay. Ich fäng mir jetzt das Tor. Wupp. So. Jetzt schnell weg. Rell Gordon. Renn. Renn. Mach zu. Okay. Wunderbar. Wupp. 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 Ja. Hier war mal eine Brücke. Schön. Mal sehen, ob es einen neuen Weg gibt. Ja. Woanders lang. Warte hier auf mich. Okay. Ich warte. Ich warte. Ich will auch so klettern können. Na und? Nu. Schneller, Mädel. Schneller. Schieß es dir in den Arsch. Na los. Wir scheinen, könnten wir dort unten durchkommen. Wir gehen da lang. Ah, nein! Okay. Glaub, sie ist... Äh, ja, ich... Ich überlege gerade, wo ich hier am besten... Ups, jetzt bin ich schon hier unten. Ich nehm mal lieber die hier. Weil erstmal will ich die haben. Die hier. Ich kann ja nicht mit 41 Lebenspunkten hier rumrennen. So, geht das hier rein? Ich glaub schon. Ist hier sonst noch was? Gucken wir mal. Sieht nicht so aus. Nö. Gut. Dann halt hier rein. So. Licht. Kein Licht. Hallo? Ein Ladebildschirm. Yay. Also, ich hab's überlebt. Ich bin überreicht. Obwohl ich mich dumm genug angestellt hab, dass ich hätte sterben können sollen tun. Ah, ja. So, und ich soll jetzt hier runter oder was? Okay. Ich hör's doch. Ja, ich hör's. Okay, okay. Okay. Wo seid ihr? Klein hässlichen Fratzen. Da. Ich hab's doch gesehen und gehört und... Ja, ja. Kommt her. Kommt her. Seid ihr zu doof, oder was? Ja. Noch einer? Nö. Gut. Wunderbar. Was ist denn das hier für eine komische Konstruktion? Hm. Keine Ahnung. Machen wir's immer kaputt, wa? Huh, huh, huh. Ja. Okay. Ich glaub, ich soll da hoch oder so. Ich guck erst mal, was es hier noch so gibt. Nichts. Okay. Okay. Bin schon weg. Und nehm mal wieder ne Waffe. und würde gern hier so lang. So. Ist das dein Ernst? Gordon. Ernsthaft. Nö, 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 nö. 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 Okay. Jetzt hab ich nur noch 45 Gesundheit, aber... Ich kann's halt. So. Was ist hier so? Höh. Oh. Ach komm. Ihr habt doch keine Chance gegen mich. Mich kann keiner mit, äh... Dingsen mit meinem Dingens und so. Ihr wisst schon. Geh ich mal hier runter? Oh. Ah ja. Alles klar. Ich dachte schon, was kommt denn da jetzt an? Na komm her. Komm her. Oh. Oh. Ihr solltet eigentlich nicht herkommen. Ah. 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 Geh weg. Geh weg. Okay, jetzt hab ich nur noch 24 Gesundheit, aber kein Problem. Kein Problem. Ist hier vielleicht irgendwo... ...was für mich? Was ist das da hinten? Ich nehm doch lieber das hier. Mie. Hallo? Ach, hier ist ja gar nix. Aber das mag mir gefallen. Auf jeden Fall. So. Wo ging's jetzt lang? Da lang? Da lang. Ne, da lang. Ah ja. Lass mich durch. Ich hör's doch schon. Ich hör doch schon die Zock. Ich hör's doch nicht. Ist das euer Ernst? Fällt ihr euch da ganz sicher? Die schießen gar nicht auf mich. Das find ich cool. Macht nur. Zuerst macht ihr den Tod und dann mach ich euch tot. Und hier schieße ich jetzt Knie. Oder auch nicht. Und halt in den Schritt. stirb doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hätt ich auch noch gern. Ich hör's schon. Das hässliche Viech hat überlebt. Glaub ich. Miep. Okay, ähm. Oh, so weit drunter will ich gar nicht. Aber. Okay. So, hier ist nix. Auch gut. Ich nehm das hier. So, dann halt runter. Will ich da noch runter? Will ich da wirklich noch runter? Ich glaub, eher nicht. Ich glaub, ich will mir das lieber ran. Ist, dass ich da runterkraxel. Wär ich ja schön blöd war. Äh. So. Und du kommst auch noch. So. Und. Braucht doch keiner, Mensch. Okay. Dann würde ich sagen, weiter im Geschehen. Miep. Da wär ich ja fast erschrocken. Ho, ho, ho. Ja, irgendwie geht's hier gar nicht. Aha. Klar. Alles klar. Das muss weg. Ich muss hier rein. Hm? Ist du blöd? Wow. Wow. Lebst du immer noch, oder was? Hallo? Hallo? Finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Gut. Könnt ihr euch nicht um die Zombies kümmern? Ihr seid zu blöd, um... Ja. Okay. 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 Der macht das schon. So. Was ist denn das hier? Mensch. Nimm das. Yay. Cool. Gut. Das ist keine brauchbare Muni. Hier ist nix. Na, dann geht's halt hier weiter. Voll erschrocken. Mensch. Um schnieren lang. Hier so. Wow. Okay. Da kam gerade so ein Typ raus. Auch gut. Vergiss es. Wo muss ich jetzt lang? Bitteschön. Kann mir das mal jemand verraten? Hä? Hier nicht. Aber da, oder was? Hm. Mal gucken, was hier so ist. So ein hässliches Vieh. Komm. Nervt mich nie. Du gehst mal weg. Buh, buh, buh. Ach, die sind tot. Wahnsinn. Das ist ja... Wahnsinn. Okay, also hier war nichts. Dann muss ich doch da runter. Was machst denn du hier? Hallo? Okay. Okay, ich geh hier runter. Ihr habt's ja nicht anders gewollt. Aber vorher würde ich sagen, ich mach einen Cut. Oh, noch so einer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi. Not 들어가.